Klassisch oder rassig? Ich will alles. Abfahrt oder Seefahrt? Ich will alles. Twix, gebt dir alles. Leichten Knusperkeks und den zarten Genuss von Karamell und Schokolade. Twix. I want it all. I want it all. I want it all. Twix, get it all. Ein neues Denken für eine neue Zeit. Leben und leben lassen. Reserven haben. Reserven schonen. Härte nehmen. Ruhe geben. Nicht schneller ankommen. Sondern entspannter. Wir haben verstanden. Der neue Opel Omega. Wofür arbeiten Sie eigentlich? Um sich selbst zu verwirklichen? Klar. Um was zu bewegen? Natürlich. Aber doch sicher auch für Geld. Wenn Sie für Ihr Geld nur das Beste wollen, kommen Sie zu einer Bank, die sich für Ihre großen und kleinen Ziele so einsetzt, wie Sie es tun. Reden wir darüber. Deutsche Bank. Guter Geschmack ist einfacher Natur. Geholsteiner. Einfach vollkommen. Bis gleich. Oh Mama, bringst du mir was mit? Was Spannendes. Was zum Spielen. Und Schokolade. Gleich drei Wünsche auf einmal. Mir scheint, du brauchst einen Einkaufsberater. Ach. Fahr los. Und? Was legt der Herr Berater vor? Na, Kinderüberraschung natürlich. Da hat sie Spannung, Spiel und Kinderschokolade. Alles in einem. Na sowas. Gleich zwei für Katja. Nee, nee. Eins ist mein Beratungshonora. Kinderüberraschung erfüllt drei Wünsche auf einmal. Der Sexskandal in Coupé. 15 private Sexgeständnisse über verruchte Lustspiele. Frauen, die Liebeskugeln tragen. Sex in Lack und Leder. Eine Lesbendirne packt aus. Frech und aktuell. Tierschocker. Bären mit Zackenmessern gequält. Crack. Horrordroge gefährdet junge Menschen. Coupé bringt das erste Monats-TV-Programm mit Action, Horror, Sex und Lachknüllern. Jeder Spielfilm mit Bewertung und Showview-Code. Superknüller. Aufgemotzte Corvette zu gewinnen. Coupé. Jetzt am Kiosk. Ein neues Abenteuer und eine völlig neue Enterprise. Das müssen Vollidioten gewesen sein, die das neue Schiff zusammengeschraubt haben. Das Triebwerk ist gut, aber die Hälfte der Türen geht nicht auf. Das Wichtigste aber ist, dass du die Geiseln wieder frei bekommst. Der Filmfilm Star Trek V am Rande des Universums. Es geht los. Ich wollte kein Blutbad. Freitag, 20.15 Uhr in Sat.1. Am liebsten würde ich Sie in den Arsch treten. Soll ich Ihnen festhalten? So können wir nicht mehr. Spock, wo bleibt die versprochene Energie? Verdammt nochmal, Frau Forteppner. Spock, jetzt suchen wir George und Gracie. Sulu? Ich muss erst wieder umdenken, wie das hier funktioniert. Beim Hubschrauber war das anders. Sie haben mich reingelegt. Sie brauchen mich. Bereits, ja. Setzen Sie sich. Los, Mr. Sulu. Ich muss erst mal wiederholen, wie das hier ist.